Die Institutionen sind beide Vereine. Beide Vereine wollen sich heute das erste Mal in Schwerin präsentieren. Jetzt hat für beide die Vorbereitung angefahren und jetzt wollen wir den Zuschauern in Schwerin zeigen, welche Mannschaften wir haben. Wie sieht es aus mit den Spielregeln? Die sollen sich ja ein bisschen geändert haben. Ja, also heute steht das ganz klar unter dem Motto Spaß. Die Leute sollen sehen, wie eben beide Mannschaften aussehen. Und wir haben heute gesagt, dass wir die Torhüte wechseln. Wir spielen eine Halbzeit mit dem Damenhandball. Und die Herren werden heute mal mit der falschen Wurfhand werfen. Und wir werden mal sehen, wie das heute ausgeht. Also es ist insgesamt mehr eine Fandengeschichte? Ganz klar. Spaß steht heute im Vordergrund. Der Nummer 2, Petten Sitz, mit Nummer 3 Euro 7, Nummer 4, Petran Sider, mit Nummer 19, Latt aus Zitua, mit Nummer 6, Alexander Aufs, mit 7, Johannes Proker, mit 8, der Haft, mit 11, Timo Heikel, mit 12, Pilk Nipunga, mit 13, Alexander Ladez. Nr. 14, Bernhard Süßke, Nr. 16, Christian Blank, und Nr. 18, Tom Furt. Nr. 16, Christian Blank, und Nr. 16, Christian Blank. Nr. 16, Christian Blank, und Nr. 17, Christian Blank. Nr. 18, Lisa Arendt. Nr. 12, Anna Linke. Nr. 31, Stöcki Dube. Nr. 18, Tini Ströger. Nr. 10, Antje Kormann. Nr. 11, Juwe Gruswald. Nr. 9, Wendy Künzl. Nr. 19, Christian Leisner. Nr. 14, Annel Wall. Nr. 11, Christian Laif. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.